Also, da ich jetzt hier ein besagter Redbox bin, muss man ja erstens mal anmerken, dass die Steiermark, die FSG im Steiermark, super Arbeit leistet. 1a. Abgesehen davon werde ich natürlich jeden Redbox Einsatz, den es in Wien geben sollte, unterstützen, das ist keine Frage. Also wir werden diese kleine Kiste natürlich auch gerne zu uns transportieren. Spaß beiseite. Aber ich stehe gern zur Verfügung, um in der Steiermark mit euch Wahlkampf zu machen. Also, ich freue mich auf. Ich freue mich auf.